Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei M&H Creators. Heute mit einem ganz besonderen Video, denn wir haben neues Equipment, nämlich unser neues Mikrofon. Das heißt, ihr müsst nicht mehr diesen schrecklichen Ton hier ertragen, sondern ihr habt wunderbare Tonqualität mit unserem neuen Mikrofon, das Shure SM7B. Und um das Mikrofon soll es in dem heutigen Video auch gehen. Heute soll es darum gehen, was braucht ihr, wenn ihr euch so ein Mikrofon anschaffen wollt, optional oder auch zwingend. Und was bekommt ihr, wenn ihr euch so ein Mikrofon bestellt? Für wen ist dieses Mikrofon überhaupt geeignet und was für eine Art von Mikrofon haben wir hier vor uns? Diese und viele weitere Fragen wollen wir im heutigen Video beantworten. Also lasst uns keine weitere Zeit verlieren. Los geht's mit dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Fangen wir doch erstmal mit den technischen Daten an. Und bitte nicht gleich abschalten, wenn ihr technische Daten hört, denn ich werde alles so erklären, dass es wirklich jeder versteht, egal ob man sich vorher schon mit Tontechnik befasst hat oder nicht. Vor uns haben wir hier ein dynamisches Mikrofon, und zwar ein großmembraniges dynamisches Mikrofon mit einer Nierencharakteristik. Was heißt das? Es gibt dynamische und es gibt Kondensatormikrofone. Kondensatormikrofone nehmen mehr Umgebungsgeräusche auf und dynamische Mikrofone sind zwar meistens teurer, aber nehmen dafür auch nur die Stimme auf, beziehungsweise so gut wie nur die Stimme auf und können alles andere so gut wie ganz herausfiltern. Großmembraniges Mikrofon heißt quasi nur, dass das Mikrofon eine große Membran hat und Nierencharakteristik sagt uns, dass wenn ihr das Mikrofon so gerade vor euch habt, dass ihr hier auf dieser Seite den Ton zu 100% hört, das nimmt dann hier ziemlich dramatisch ab und auf der Seite hier habt ihr quasi gar nichts mehr vom Ton. Das heißt, alles was außerhalb hier von diesem Bereich ist, kommt so gut wie gar nicht auf die Tonspur und alles was hier im vorderen Bereich ist, kommt auf die Tonspur. Ich blende hier nochmal so eine unnötige Grafik ein. So, ich hoffe jetzt habt ihr es verstanden. Das ist quasi eine Nierencharakteristik, das heißt, wenn man das Ganze so von der Seite bespricht, sollte man noch ziemlich viel hören. Wenn man das Ganze von vorne bespricht, sollte man auch noch ziemlich viel hören, beziehungsweise eigentlich den ganzen Ton, wenn man das hier bespricht, genauso. Aber wenn man das dann von hier hinten bespricht, sollte es so gut wie nichts mehr auf der Audiospur sein. Und ich glaube, das hört man auch. Und diese Nierencharakteristik ist eben auch ein Grund dafür, dass dieses Mikrofon gerade bei Gamern sehr beliebt ist, denn man hört eben die Tastatur nicht mehr besonders laut, wenn diese sich eben hier an der Rückseite des Mikrofons befindet. Genug technische Daten an dieser Stelle. Machen wir doch gleich mal weiter. Für wen ist dieses Mikrofon geeignet? Und diese Frage ist schnell beantwortet. Dieses Mikrofon ist für jeden geeignet, der das Mikrofon vor sich fixieren kann. Das heißt, jeder, der einen Tisch vor sich hat und daran ein Tischstativ oder einen Mikrofonarm, wie ich hier, fixieren kann und dort Voice-Over, Podcasts oder auch YouTube-Videos aufnehmen möchte. Hallo, ich bin's nochmal aus dem Schnitt. Ich wollte nur sagen, dass die letzte Szene vielleicht falsch verstanden werden kann. Man braucht nicht zwangsläufig einen Tisch vor sich, um mit diesem Mikrofon aufzunehmen. Sänger machen das gerade auch so. Also bei Sängern ist dieses Mikrofon, wie gesagt, auch beliebt. Und die nutzen ein Bodenstativ. Das hatte ich vergessen, in der Originalszene zu erwähnen. Also man kann das Ganze mit einem Tischstativ, mit einem Mikrofonarm oder auch mit einem Bodenstativ verwenden. Ich wollte es nur nochmal sagen, damit es keine Missverständnisse gibt. Weiter geht's mit dem eigentlichen Video. Und dafür ist dieses Mikrofon auch wirklich wunderbar geeignet. Und wenn man sich mal so umschaut, dann wird das Mikrofon auch wirklich von vielen Leuten benutzt. Beispielsweise Michael Jackson hat mit diesem Mikrofon schon aufgezeichnet. Derzeit zeichnet Ed Sheeran und Metallica mit diesem Mikrofon Musik auf. Das heißt, für Musik ist dieses Mikrofon auch geeignet und beliebt. Und wenn man sich auf YouTube bzw. auf Twitch mal umschaut, also bei Videos oder Livestreams, dann sieht man, dass dieses Mikrofon auch von so gut wie jedem benutzt wird. Ich blende mal hier ein paar Beispiele ein. Simon Ungel, Revi Riso, Adi Totore, die Space Frogs, Marius Angeschrien, Josef DeChangement, Trimax, El Mago, Papa Platte, Reefd, MrBeast und nicht zu vergessen Emota Creators. Und ich denke, daran erkennt man auch schon, dass dieses Mikrofon sehr beliebt ist. Insbesondere, wenn dieses Mikrofon von MrBeast und Emota Creators benutzt wird, dann muss dieses Mikrofon natürlich gut sein. Aber ich würde sagen, genug dazu. Wir machen direkt mal weiter. Was bekommt ihr alles in Karton, wenn ihr dieses Mikrofon hier bestellt? Zu dem Soundtest kommen wir später auch noch. Habt ihr euch jetzt für dieses Mikrofon entschieden? Dann kommt bei euch dieser Karton hier an. Da seht ihr schön groß das Mikrofon drauf abgebildet. Und auf der Rückseite könnt ihr auch sehen, was hier alles enthalten ist. Ich packe diesen Karton jetzt mal auf. Hier die ganzen Zubehörsachen, die wir jetzt mal einzeln durchgehen. Schuhsticker, das könnt ihr euch auf euer Auto, auf euer Haustier oder auf eure Stirn kleben. Würde ich euch jetzt alles nicht direkt empfehlen, aber könnt ihr machen. Dann kriegt ihr hier einen kleinen Klettkabelbinder mit. Hier haben wir dann eine kleine Schraube, die ist dazu da, um das Mikrofon an Mikrofonarmen oder Tischstativen festzumachen. Da die Gewindegröße hier nicht ganz einheitlich ist. Das Mikrofon hat hier eine größere Gewindegröße, als die meisten Tischstative und Tonarme verwenden. Aber das ist ja nicht schlimm. Hier kommt ja so ein kleiner Gewindeadapter mit. Hier kommen dann noch so zwei kleine Klettdinger da mit. Und die braucht man für den größeren Popschutz. Dazu kommen wir gleich Popfilter. Und eine kleine Klappe hier so. Die kann man verwenden, um hier hinten diese Regler hier zuzuschrauben, falls man möchte, dass da keiner mehr dran rumspielt. Und wenn wir den Karton dann mal leer hätten, hier wäre dann in dieser großen Aussprache eigentlich das Mikrofon drin, dann sehen wir, wir haben hier seitwärts noch eine Klappe, die wir öffnen können. Und hier drin liegt dann ein größerer Popfilter. Und dieser Popfilter ist dazu da, um die plüssiven P-Laute zu verhindern. Ich sage jetzt ganz kurz mal einen Testsatz, den ich jedes Mal sagen werde. Und zwar mit jeden drei von den Einstellungsmöglichkeiten. Also ganz ohne so einen Popfilter. Einmal mit dem dünnen Popfilter und einmal mit dem dicken Popfilter. Erstmal sage ich das Ganze jetzt ganz ohne Popfilter. Und das klingt dann so. Peter Parker pitched a podcast. Jetzt sage ich das Ganze mit dem mittleren Popfilter, also dem dünnen Popfilter. Peter Parker pitched a podcast. Peter Parker pitched a podcast. Und jetzt sage ich das Ganze mit dem dicken Popfilter. Peter Parker pitched a podcast. Ich habe jetzt natürlich mit den plüssiven P-Lauten ein wenig übertrieben. Aber das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, um diese plüssiven P-Laute für euch ein wenig hervorzuheben. Ich denke, ihr habt es jetzt alle gehört, wenn man solche plüssiven P-Laute ausspricht, dann klingt das nicht besonders schön. Gerade ganz ohne Popfilter. Ich persönlich bleibe aber trotzdem beim dünnen Popfilter, weil der hier ist mir einfach irgendwie zu groß vor meinem Gesicht. Und dann sieht man mich gar nicht mehr. Und außerdem macht er das Mikrofon ganz schön hässlich meiner Meinung nach. Und aus diesem Grund bleibe ich einfach bei dem dünnen Popfilter. Diese zwei Klettverschlussdinger hier, die ich euch gezeigt habe, die im Karton mitgeliefert werden, die sind dazu da, um diesen Popfilter besser an dieses Mikrofon zu fixieren. Da klebt man dann einfach hier dran diese Klettverschlüsse mit der Klettseite nach oben. Und dann hält das Ganze einfach den dickeren Popschutz fester drauf. Aber ich würde sagen, das braucht man nicht, denn der hält eigentlich auch so schon gut genug. Keine Ahnung, warum das mitgeliefert wird. Jetzt kommen wir erstmal zur Historie des Mikrofons. Und die ist ganz schön spannend, denn das Mikrofon wurde damals noch als SM7 in seiner ersten Version im Jahre 1973 vorgestellt. Was ganz schön alt ist, wenn man bedenkt, dass das 40 Jahre sind. Vor sechs Jahren gab es das iPhone 8 und für die meisten Menschen ist das iPhone 8 wahrscheinlich mittlerweile ganz schön veraltet. Auch wenn das nicht mal acht Jahre alt ist und dieses Mikrofon ist eben fast 50 Jahre alt und trotzdem ist es noch top aktuell und viele Menschen kaufen sich das im Profibereich jedes Jahr und jedes Jahr aufs Neue. Das Mikrofon hat aber auch seit dem Jahre 1973 zweimal ein Update bekommen und zwar einmal im Jahr 1999, da gab es eine kleine Anpassung an der inneren Aufhängung und Abschirmung der Kapsel. Da wurde irgendwas besser isoliert gegen Strahlungen, gegen Handysignale. Schuhe hat dazu auch nichts zu Genaues gesagt, damit das Mikrofon nicht nachgebaut werden kann. Und im Jahr 2000 wurde das Mikrofon dann nochmal ein wenig verändert und zwar wurde dann etwas an dieser Aufhängung hier verändert und zwar irgendwie, dass diese Schraube hier freidrehbar ist. Ich glaube, das ist seit dem Jahr 2000 und dass das hier fester hält. Ich glaube, noch eine kleine Änderung gab es an der Aufhängung. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr sicher. Außerdem wird seit dem Jahr 2000, seitdem das Mikrofon auch übrigens SM7B heißt, seit dem Jahr 1999 hieß es SM7A und seit 2000 heißt das Mikrofon dann SM7B und seit 2000 wird auch dieser dickere Pop-Schutz mitgeliefert. Ich würde sagen, jetzt haben wir genug zur Historie des Mikrofons gelernt. Gehen wir doch gleich mal weiter und zwar mit der zwingenden oder auch optionalen Zubehör. Fangen wir einfach mal an, was brauchen wir, wenn wir das Ganze an unseren Computer anschließen wollen. Und dabei fangen wir am besten mit einem XLR-Kabel an. Dieses XLR-Kabel ist das Amazon Basics-Kabel. Das empfehle ich euch einfach, weil es relativ günstig ist, aber trotzdem noch hochwertig verarbeitet ist. Ihr könnt aber auch jedes andere XLR-Kabel nehmen. Ich würde euch kein zu billiges empfehlen, aber ihr braucht dort jetzt auch nicht eins für 250 Euro nehmen. Jetzt habt ihr so ein XLR-Kabel hier in der Hand und das könnt ihr jetzt auch nicht direkt an euren Computer anschließen. Vielleicht an euren Computer schon, aber mein Computer hat keinen XLR-Anschluss, aber das würde auch gar nicht funktionieren, denn ihr braucht für dieses Mikrofon auf jeden Fall ein Interface und zwar ein Interface mit sehr viel Gain beziehungsweise sehr starken Vorverstärkern. Und hierbei empfehle ich euch das Mode M2. Hier könnt ihr euch zwei Mikrofone gleichzeitig anschließen. Das heißt, dieses Interface ist für zwei Tonspuren gleichzeitig ausgelegt, also ein zweites Mikrofon oder ein zweites Instrument. Und dieses Interface habe ich selber auch empfohlen bekommen. Ich bin es nochmal ganz kurz aus dem Schnitt. Ich habe gemerkt, dass ich bei der originalen Videoaufnahme den Namen nicht ganz richtig ausgesprochen habe und deswegen möchte ich das hier korrigieren. Ich möchte mich ganz herzlich für die Empfehlung des Mikrofons und des Interfaces einmal bei Alexan, der Bedanker. Link zu seinem Kanal, den findet ihr hier oben. Und genau, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Er macht Sachen rund um Turntechnik. Und für die Empfehlung möchte ich mich einfach nochmal herzlich bedanken. Weiter geht's mit dem eigentlichen Video. Zurück zum Interface. Von eurem Interface aus müsst ihr dann mit einem USB-C-Kabel das Ganze an eurem Computer anstecken. Wenn ihr jetzt das erstmal aufnehmen wollt, würde ich euch empfehlen, den Gain so einzustellen. Und was ihr noch machen müsst, ist an der Rückseite das Interface einmal einzuschalten. Steckt das Ganze dann, wie gesagt, an euren Computer an und jetzt seid ihr auch schon fertig mit eurem Audio-Setup. Was ihr jetzt noch braucht, ist ein Mikrofonarm oder ein Tischstativ. Mikrofonarm ist meine persönliche Empfehlung, denn Tischstativ ist mir einfach zu unflexibel. An einem Mikrofonarm kann ich eben alles einstellen, so wie ich es haben möchte. Meine persönliche Empfehlung ist hier der Tonor T20, weil die Federn dieses Mikrofons wirklich wunderbar halten. Das heißt, man muss nicht diese Schrauben hier irgendwie festziehen, damit die Gelenke das Mikrofon halten, sondern es ist einfach so, das wird über die Federn wunderbar flexibel gehalten. Das heißt, das Mikrofon rutscht nicht runter, aber wenn ich das bewegen möchte, geht es wunderbar zum Bewegen. Einfach meine persönliche Empfehlung. Es gibt bestimmt noch bessere und teurere Mikrofonarme, aber für diesen Preis einfach ein guter Mikrofonarm. Jetzt habt ihr das Ganze an eurem Computer angeschlossen und das Mikrofon auch fixiert. Doch was ihr jetzt machen müsst, ist einmal eine Aufnahmesoftware in eurem Computer öffnen. Ich zeige das Ganze euch jetzt einmal hier anhand von OBS, also Open Broadcast Studio. Und darin kann ich euch einmal zeigen, wie ihr das Mikrofon hier richtig in eine Szene einbindet. OBS wird benutzt, um Live-Streams zu machen, wird aber auch benutzt, um Videos aufzunehmen. Ich beispielsweise nehme seit langem mein Video schon in OBS auf und bin damit auch wirklich sehr zufrieden. Also gehen wir doch gleich mal rein in OBS. Und das Erste, was ihr hier machen müsst, ist, ihr müsst eine neue Szene erstellen. Ihr müsst in dieser Szene, müsst ihr dann eine neue Quelle erstellen. Dort nehmt ihr dann einen Audio-Eingang, klickt hier auf OK, geht weiter, wählt hier Audio Out. So wird das Interface hier erkannt und genannt. Ich gehe einfach auf Audio Out. Bei euch kann das aber auch anders heißen, beziehungsweise erkannt werden. Ihr klickt hier jetzt nochmal auf OK und das Ganze ist so gut wie fertig. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist sehr wichtig. Hier müsst ihr in den Audio Mixer und hier müsst ihr einmal auf das Zahnrad, geht hier auf die unterste Option, die euch hier in dem kleinen Pop-Up-Window gezeigt wird. Und jetzt seid ihr hier in den erweiterten Einstellungen und hier müsst ihr einmal den Haken bei Mono setzen. OBS kann dieses Mikrofon nur richtig ausgeben, beziehungsweise nur richtig aufnehmen, wenn ihr hier den Haken bei Mono setzt. Dann klickt ihr auf Schließen und ihr könnt eure Aufnahmen starten. Ihr könnt jetzt theoretisch noch euer Bild hinzufügen. Das könnt ihr jetzt so bei jeder Szene machen. Ihr könnt euch einfach das Mikrofon jetzt kopieren und auch in anderen Szenen einfügen. Das funktioniert super. Wenn ihr das Ganze jetzt in einem anderen Aufnahmeprogramm machen müsst, müsst ihr schauen, ob das funktioniert oder ob ihr hier auch irgendwas auf Mono einstellen müsst. Das kommt auf die Aufnahmesoftware an und da kann ich euch jetzt auch nicht weiterhelfen. Es gibt so viele Aufnahmesoftware. Würde ich euch jetzt alle erklären, würde das Video hier locker zwei Stunden gehen. Doch das wollen wir nicht und aus diesem Grund geht es jetzt weiter mit dem Audio Test. Fangen wir doch gleich mal an. Ich würde sagen... So, jetzt habe ich umgeschaltet auf die Mikrofone des MacBooks und wir starten den Audio Test. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen sieben Kandidaten sieben Tage lang ums Überleben. Sie müssen mit sieben vorher ausgewählten Gegenständen und der Kleidung am Körper auskommen. Wer nach sieben Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tagestallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. So, ich denke, jetzt habt ihr gehört, wie der Ton sich unterscheidet. Es klingt wirklich viel besser mit diesem Mikrofon hier als mit diesem. Aber das war ja sowieso klar. Man kann auch nicht ein professionelles Studiomikrofon mit einem internen Mikrofon eines Computers vergleichen. Aber wir haben es soeben getan. Und was wir jetzt als nächstes vergleichen werden, das sind die Einstellungsmöglichkeiten hier an der Rückseite. So klingt das Mikrofon mit aktiviertem Presence Boost und deaktiviertem Bass Roll-Off. Und so klingt das Mikrofon mit aktiviertem Presence Boost und aktiviertem Bass Roll-Off. Ich werde jetzt kurz erklären, was die Einstellungen bedeuten, hier mit aktiviertem Bass Roll-Off und Presence Boost. Presence Boost bedeutet quasi, dass die mittleren Höhen, in der sich die meisten Stimmen befinden, angehoben werden und das Ganze dadurch irgendwie präsenter klingen sollte. Mir persönlich gefällt das aber nicht. Bass Roll-Off macht, dass ganz tiefe Tiefen abgeschwächt werden, eben solche Sachen von... Man klopft hier gegen das Mikrofon. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Jetzt mache ich ganz kurz nochmal den Presence Boost aus und den Bass Roll-Off, den lasse ich an. So klingt das Ganze jetzt mit aktiviertem Bass Roll-Off und deaktiviertem Presence Boost. Ich mache mal ganz kurz den Klopftest. Und den gleichen Test werde ich jetzt gleich wiederholen, wenn ich den Bass Roll-Off ausgeschalten habe. So klingt das Ganze dann mit deaktiviertem Bass Roll-Off und dem gleichen Klopftest. Ich bin es nochmal aus dem Schnitt. Ich wollte nur sagen, dass man in der Aufnahme so gut wie gar keine Klopfgeräusche hört. Aber das ist ja eigentlich nur ein positives Zeichen für das Mikrofon. Also wenn man nicht jetzt komplett übertreibt und hier gegen den Mikrofonkörper klopft, was ich aber eigentlich in der Aufnahme gemacht habe, sollte man gar keine Klopfgeräusche hören. Also ich habe wirklich stark hier gegen geklopft. In der Audiospur konntet ihr trotzdem nichts hören. Aber das ist ja auch okay. Man braucht ja keine Klopfgeräusche in der Audiospur. Ich wollte es euch nur zeigen, aber wie gesagt, man hört so gut wie gar nichts. Und so gefällt mir das Mikrofon insgesamt sowieso am besten. Ganz die originalen Einstellungen. Das klingt einfach sehr schön. Es macht die Stimme etwas tiefer, was die meisten Menschen als angenehm finden. Und ich finde, jede Stimme klingt in diesem Mikrofon einfach schöner und angenehmer. Und aus diesem Grund ist dieses Mikrofon wahrscheinlich auch so beliebt. Und falls ihr sagt, ihr wollt genauso beliebt sein wie dieses Mikrofon, dann müsst ihr jetzt einfach nur eins machen. Ihr müsst den Abo-Knopf von diesem Kanal hier drücken. Einfach einmal hier unten auf Abo und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, falls wir ein neues Video hochladen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, denn Dislikes, die sieht man sowieso nicht mehr. Schreibt gerne einen Kommentar, was wir an unseren Videos verbessern können oder was dir an diesem Video gefallen hat. Und klickt gerne auf eines der anderen Videos. Hier habe ich euch gezeigt, was die 10 häufigsten Straftaten in Deutschland waren. Hier habe ich euch gezeigt, wie ihr mit 5 Tricks in Final Cut Pro schneller arbeiten könnt. Und hier habe ich euch gezeigt, wie ihr YouTube ohne Werbung anschauen könnt. Aktuell nur am Mac, aber es ist auch ein Video dazu geplant, wie ihr das Ganze am Handy machen könnt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mein Abo da und aktiviert die Glocke. Ansonsten war es das schon mit diesem Video. Tschüss.